Musik Johanna liegt auf dem Rücken. Ich führe den Strandlieger durch. Ich setze mich auf den Po und lege mich über das Handtuch drüber und sonne mich hier am Strand. Eine Hand geht unter das Handtuch, das stecke ich da runter und ich nehme noch mein Bilderbuch. Das schaue ich mir an, das ist mein Bilderbuch und das klemme ich unter den Arm, damit ich es mitnehmen kann. Jetzt halte ich Johanna fest, achte darauf, dass ich mich nicht zu weit nach hinten lehne, weil sonst kann sie einfach nach oben kommen. Ich bringe meinen Kopf zu Boden und halte sie fest. Ich bringe meinen Kopf zu Boden und halte sie fest. Ich bringe meinen Kopf zu Boden. Ich bringe meinen Kopf zu Boden und halte sie fest.